Willkommen zurück zu TTT, nicht Minecraft. Welche greifen an, mein Lord! Auf einer Minecraft-Map. Und ja, es sind wieder alle aus dem Rudel und Normal dabei. Und ich hoffe, dieser werde ich nicht direkt erschossen. Wofür hast du Diamantblock? Die Diamantblöcke... Den kannst du da hinten benutzen, beim Leuchtturm, glaube ich. Das ist so eine Box. Genau. Ach, der Ofen davor. Hättest du wenigstens den Anstand zu überprüfen, ob ich ein Traitor bin oder nicht. Ach, dann spielen wir eigentlich mit Traitor-Tester? Nein. Naja, ich bin im Moment drinne gefangen. Das würde ich jetzt nicht verraten. Ach, ich werde so oder so sterben. Niemand wird ein Herz haben, mich hier rauslassen. Oh, wen habe ich denn da erwischt? Alles klar. Es war ein Traitor-Tester. Ich bin kontrohrend. Diese Kack-blöde Mist-Tür. Sepp, lebst du noch? Sepp ist tot. Ey. Derjenige, der beim Traitor-Tester ist, ist es. Ich bin gerade nochmal in die Flammen gelaufen. Nachdem deine Shotgun leer war. Nachdem du mich so dreckig umgebracht hast. Nachdem ich... Ich habe den Baron umgehauen, oder nicht? Na, du hast mich im Traitor-Tester getötet. Na, wir waren uns in die Flammen gekillt. Das war der falsche Knopf. Ich dachte, das wäre der für die Tür. Das war nicht nur Absicht. Großartig. Was ist denn das hier? Der vorne ist zum Spülen. Stimmt ist, ich habe alle meine Schüsse in die Tür gehauen. Ich hatte auch keine Munition. Ich hatte nur vier Schuss insgesamt. Hä, was ist denn jetzt passiert? Woran bist du gestorben, Fräule? Der hat mich vom Turm runtergedisskombot. Achso, das... Achso, ja, das war das andere. Er hat erst eine Insel geschmissen und meine Diskombot. Da hatte ich nur eigentlich die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Er hätte jetzt runterspringen können, so wie ich. Normal bei mir. Ja, ja, der... Der Baron kauft. Der Baron kauft. Ja, aber diesmal schieß ich dich nicht, versprochen. Danke. Das zum. Uh, das war aber knapp am Baronkopf vorbei. Okay, ich habe Sepp bei mir. Normal. Ich habe den Kling bei mir. Normal steht hier, hat nichts gemacht. Und ballert. All den Rohren. Jemand buddelt. Sepp ist bei mir. Was? Ja. Sepp ist bei mir. Und ich nehme Feuerstarren, obwohl da kein... Obwohl doch, da ist jetzt Feuer. Was ist das oben für ein Höllenloch, Mann? Da brennt es überall. Da hat hinter mir eine Insel explodiert und... Irgendwer hat die Falle ausgelöst hier. Es brennt auf dem Turm überall. Ja. Daneben. Ja, so kann man schwingen. Hallo, Fräulein. Lässt du mich bitte hoch? Na. Äh, warte noch. Da war noch Feuer. Ja, ich bin doch gerade da durchgelaufen. Entspann dich. Okay. Aber du hast gar keinen Schaden. Ich hab einen Schadenspunkt, das sieht man nur nicht. Ich dachte, das steht dann da. Der Baron hat einen. Also irgendwie ist das komisch. Stimmt das, dass man das nicht angezeigt wird, wenn man nur einen Schadenspunkt hat? Ansonsten bin ich feuerfest. Keine Ahnung. Steht da immer noch healthy? Irgendwie finde ich das komisch. Aha. Sie sucht gar einen Grund, um mich zu erschießen. Gebt ihr keinen. Ich tue einfach mal so, als hätte ich nichts gesehen. Also ist Sepp wirklich da durchgelaufen? Ja, offensichtlich. Sonst wäre ich doch nicht hier oben. Ja, aber wahrscheinlich warst du oben und hast die Dinge geschmissen. Nein. Ich war unten. Oh. Ich war unten. Wer lebt denn alles noch? Also ich lebe noch. Warum? Ja, jetzt muss ich dich töten. Ja, ja. Ja. Okay. Ade, safe. Hast du... Link. Ich verkack dieses Spiel. Eigentlich wollte ich sagen, ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht, aber dann habe ich gesagt, ich verkack es. Ja, das stimmt. Also du hast es knapp an meinem Köpfchen vorbeigeschossen. Ach Baron, da erwische ich dich und dann willst du mich damit umbringen. Warum? Weil ich solche Mitleidsgeschichten verachte. Wenn du mich siehst, erschießt du mich. Punkt. Okay, wenn wir den Baron sehen, erschießen wir ihn, verstanden. Macht ihn kalt. Ist mir jetzt schelzegal, wenn ich den gestes Abends die ganze Zeit umregt. Nein, werden wir natürlich nicht tun. Nein, das hatten wir auch nicht vor. Ja, das war ja kein Mitleid. Ich wollte gucken, was du mit deinen erwirtschafteten Traitor-Items machst. Vielleicht wäre die Schaumanns in Ordnung. Du stehst da so rum und machst das. Ja, ich stehe hier nur rum, weil ich gerade nach einer Option suche, mit der man das Fadenkreuz größer machen kann. Aber ich habe es gerade nicht gesehen. Und da war irgendwie... Okay, ich bin verwirrt. Das ist blöd. Ist bei euch hier auch in der Wand das Loch offen? Welches Loch? Ja. Bei Normal. Normal, schließt es auch. Es ist so ein Durchgang, gell? Ja, da kann man doch immer durch. Nein, kann man nicht. Doch, wenn man das wegkloppt schon. Sepp ist bei mir oben. Okay, ich wusste komplett offen sein. Ich dachte, das reicht nicht. Sepp ist bei mir oben auf den Turm. Sepp ist bei mir oben auf den Turm. Ade. Ade ist auf dem Turm. Hast du eine Discombo? Ich bin auch beim Dern. Nein, ich habe gerade alle selbst runtergeworfen. Doch, das klingt okay. Sepp wollte mich töten. Ja, wollte ich. Das ist eigentlich ein Grund, dich schon zu erschießen, aber ich möchte noch sehen, was haben deine Traitor-Items. Da oben ist ja noch Platz. Ich habe keine Traitor-Items. Du willst nur sehen, was ich sonst noch so anschaue. Aber, was soll das denn? Sepp freut sich, weil er jemanden runtergeschubst hat. Ne, hier mag ich nicht sein. Ja, dann geh wieder zurück. Der Baron will eine Insel hochwerfen. Ich warne euch nur schon mal vor euch. Geh dann mal. Hat nicht funktioniert. Nein, hat es nicht. Ich komme nicht von der Krippe runter. Was soll das? Irgendwer verbrennt da jämmerlich. Ah, es verbrennt langs. Ah, es. Was ist passiert? Irgendjemand läuft mit einer Unsichtbarkeit, das Zauro. Ernsthaft? Ich sehe Fräule am Freitag und Norme. Ich bin auch noch am Leben. Wo bist du denn, Klink? Der Klink war... Ich bin unten in der Hölle. Ja. Da wollte ich aber nicht hin, das Grusel. Nummer eins ist tot. Das heißt... Klink. Ah, einer von euch. Wo bin ich jetzt denn jetzt? Ich glaube, dass du es bist. Ich bin es aber nicht. Oh, sie schießt auf... Was ist passiert? Was ist passiert? Hallo? Also darf ich auf alle schießen, die jetzt kommen? Alles klar. Meine Sniper und ich sind bereit. Na, Fräulein ist es. Ja. Hast du Normal gekillt? Nö. Nur Klink. Aber... Normal sagt nichts. Und es macht ja keinen Sinn. Das war knapp. Nö, fast. Das war knapp. Und du hast Normal gekillt? Nein, ich bin nur mit Krippel. Ich bin runtergefallen. Ja. Okay. Ja gut, dass Sepp mit der Mellon weggemacht wurde, habe ich gehört. Vom blöden Baron. Oh. Ja, er hat sich gerecht, dass du ihm die Insel vor die Füße gelegt hast. Nee, warte mal, das machst du selber. Aber das Baby ist echt schwer. Ja. Ich habe Glück gehabt. Wie viel wiegt es denn? 5 Kilo. Also es tötet dich, ne? Wenn es dich trifft. So einen Puls gesetzt. Du kannst aber auch richtig schön weit fliegen. Also könnte man mal ausrechnen. Wer Bock drauf hat. Also töten wir den Baron jetzt immer, wenn wir ihn sehen. Nein. Er verbrennt gerade langsam. Okay. Wie? Nein, nein. Das Feuer hört genau vor ihm auf. Oh, da habe ich Glück gehabt. Er bewegt sich aber. Irgendjemand hat mich gerade voll in die Insel reingediscomboot. Er tüpft jetzt vor mir rum. Ja, Baron ist Rage. AG sitzt auf dem Turm und wirft mit Granaten um sich. Ja, wie letzte Runde auch. Granate. Wegen gehört das Blut hier. Dir, oder? Ja, denke ich auch. Ich bin voll hier. Oh, okay. Ich bin bei normal. Ich dachte, du hättest Damage gekriegt gerade. Nö. Ja, ich habe die Insel geschmissen, bevor es losging. Klassische Traitor-Taktik. Ja. Ich wusste es einfach. Wer ist da gerade rausgegangen? Ich habe irgendwas gehört. Bei mir und... Irgendwas ist explodiert. Okay. Ich bin runtergefallen. Nicht. Darum habe ich Damage. Ja, und ich bin auf 30 runter, weil die auf mich geschossen hat. beim Anführungszeichen runterfallen. Hier ist Blut. Ich habe die Leiter nicht erwischt und hat mich erschreckt, okay? Tut mir leid. Er lebt noch. Außer du bist Traitor. Dann tut es mir nicht gut. Ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Irgendwer schießt hier in meine Richtung. Deine Motivation. Ich finde es nicht. Hat das merkwürdigste Geräusch gehört? Was denn? So ein... So ein... So ein bisschen wie so ein Sound-Bug. Ich schieße jetzt, dass hier hochkommt. Hey, hör aus! Hör aus! Na gut. Hochendes Geräusch. Was soll das? Ich erschieße ihn. Kannst du nicht jemanden erschießen und sagen? Ich erschieße ihn. Macht in dem fast erschossen, Haas. Norman bei mir. Norman hat keine Angst. Das ist verdächtig. Mein Gott. Äh, was ist daran verdächtig? Okay, einer von euch beiden ist gerade abgekratzt. Wer auch immer hervorkommt, wird sterben. Aber richtig hart. Glaubt ihr mir nicht? Dann könnt ihr ausprobieren. Ich hab keine Ahnung, wo du bist, um diese Tests zu machen, um echt zu sein. Ich wurde gerade geschossen mit einer Snack. Ja, von mir, weil du... Warum? Oh, der ist es. Nein. Okay, er ist es doch. Wie kommst du da rauf? Kling, du kannst mich konfirmen. Ich wünsch dich. Glaub ich dir ja fast. Hier meine Diegel. Ah, nicht. Okay, jetzt ballern die... Hier meine andere Diegel. Wo bist du denn, Kling? Der Baron hat einen Herzinfarkt bekommen. Ich glaube, in der Hölle. In der Hölle ist er. Ne, unten, unten. Warte. Was heißt unten? Mein Radar sagt unten. Also glaube ich in der Hölle. Ah, ich geh mal gucken. Und? Ne. Fuck. Stehen auf jeden Fall nicht. Ah, es ist auf der anderen Seite von der Insel. Der schwimmt, glaube ich, im Wasser. Achso, der schwimmt. Ich glaube. Die Meerjungfrau. Suchst du Jutsch? Oh, Sepp ist tot. Der ist oben im Wasser. Ja. Wo denn? Äh, auf der... Also vom Turm aus gesehen, auf der linken Seite Wasser. Ich hätte da nicht runterspringen sollen. Ich bleib einfach nicht. Ich bleib nicht oben. Ach, hey. Sollte mich nicht so aufregen, aber das kotzt mich gerade wieder so richtig. Okay, ab jetzt halte ich mich daran, wenn ich sage, ich töte jeden, der hochkommt. Du hast es gesagt, nachdem du mich auf mich geschossen hast. Du hast es gerade hochkabst. Ich kann es doch nicht so schnell wieder von der Leiter runter. Ich war oben und du hast auf mich geschossen, zweimal. Jetzt tu nicht so unschuldig. Du warst Traitor. Du hast es tot verdient. Es geht ums Prinzip. Du kannst nicht einfach auf mich schießen und dann nachsagen, dass du auf mich schießt. Es ist wie wenn du, keine Ahnung, mein Eis isst und du nachsagst. Ich esse jetzt dein Eis. Ich kann auch vollkommen kommentarisch auf dich schießen. Ja, aber dann hätte ich dich sofort erschossen. Ich habe dich nicht erschossen. Oh ja, welche Granate. Ade, die ist untergefallen, die Brandgranate. Aber, alles klar. Ich wurde direkt, spürst du mich ein? Ich wurde direkt auf 30 HP von Sepp runtergehämmert. Du wurdest gar nichts von mir. Du bist runtergesprungen. Doch, du hast mir eine Brandgranate. Und ich habe auch noch 21. Da hat das Spiel mir angefangen. Ich bin mit dem Fräulein alleine auf dem Turm. Ich vertraue dem Fräulein nicht mehr. Und Normal hat er auch runtergehauen. Ja, der war 100% auf mich geschossen, ohne Grund. Ich habe niemanden runtergehauen. Ich bin hier alleine mit dem Fräulein. Da ist das Fräulein gerade gestorben. Nein, es lebt immer noch. Der Baron. Wenn sie in Turm kommt, der stirbt. Fräulein, sollen wir einfach sagen, jeder, der jetzt noch hochkommt, der wird erschossen. Irgendwie ist da auch ein viel Party. Wenn du Traitor wirst, dann habe ich jetzt echt ein Problem. Ich denke, Friendship Beam, weg! Okay, okay, okay. Nicht bewegen. Schlafen ruhig bleiben. Boah, ich wackele so übelst. Aber danke. Irgendjemand ist da unten gestorben. Also, aus Sepp kommt keine Musik. Doch, sie wird lauter. Sie wird lauter, die Musik. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Ich habe wieder so einen roten Laser gesehen. Kling, es ist Kling. Ja! Ich hätte dich einfach nicht einmal so hart wegmachen sollen. Ich habe mir so gedacht, nee. Ja, ich bin ja direkt wieder Traitor geworden und direkt auf 30 über eine gute Gau. Ich habe mal mit mir gesagt, ich lief dieses, weil er guckt auf den Pool, der zu Lava wurde. Ja, ich habe niemanden runtergehauen. Du bist runtergesprungen von alleine in meine Insta, weil du Angst hattest. Ja, weil du mir wieder einen Drangkarnat ins Gesicht gerufen hast. Habe ich doch. Sie ist ein Urteil geworfen. Mein Gott, zieh nicht alles auf dich. Ich bin gerade so frustriert von dem Schmerz. Ah, ich... Ich habe es doch gesehen. Das bedeutet, ich werde wieder mit einer Melan in den Rücken getötet. Alles andere hat keinen Effekt gegen mich. Oh, jeder, der mich bis jetzt getötet hat. Meistens ist das Fräulein. Oh, warum sagt niemand, dass es im Turm rennt? Hm? Ich wusste davon nichts. Ich auch nicht. Damit er auch mal durchgegart. Also ich bin oben auf dem Turm, aber ich wusste nicht, dass es brennt. Okay, ich bin beim Baron. Der AD gelinnst. Der Baron ballert um sich. Ich wollte prüfen, ob die Fenster gucken. Der AD schießt auf mich ziemlich heftig. Bitte? Ja. Damit du mich abschießen kannst. Ich hätte den gewarnt, aber ich habe Happy Trigger fürgebracht. Sorry, du bist wirklich direkt gerade. Sorry. Ich kriege wieder Schaden. Alter, ich gehe nicht mehr in den Turm. Gell, man trifft 24-7 irgendwelche. Und Granaten. Oh, man nimmt aber richtig viel Scham, wenn man in so einen Tankkaktus reinläuft. Wie in Minecraft? Ich habe zwölf genommen. Fünf. Okay, wen sehe ich da? Es ist Norman. Kennt sich eigentlich nur irgendwann die alte Cartoon-Serie Norman Norman. Da kam eine Melon von oben. Bedingt. War das die Melon? Da war ein Trader gekillt. Von ihr? Ja, du hast doch, wenn du einen Trader gekillt hast, musst du ja gesehen haben, was der für eine Waffe hatte. Ich habe keine Melon gesehen. Normal, schieß auf mich. Normal ist es. Das ist ja jetzt eine Lüge. Weißt du, noch nicht mal überprüfen, ne? Klink, dann ist das so behindert. Ich weiß es aber nicht. Im Turm brennt es eigentlich. 24-7, wenn man reinläuft, stirbt man direkt. Das ist der Arme. Man muss halt als erstes reinlaufen. Klink, muss es normal sein. Aber ich mache, Punkte geben, damit vielleicht ein paar. Oh, das war's. Ich habe die Runde gewonnen. Huru. Ich wirklich, ja. Das war's dieses Mal. Und zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.